den Fall kackt da wix was ist das denn, wo ist das denn Schieb? bist auch schon ein bisschen doof ne? Ach nix ach oh nein ja komm du kannst dich dann auch ermogeln ey ja wot denn du hast damit angefangen alles abgebaut, gut ich mach die Sprünung mal von vorne ja ich mach das jetzt auch nicht geschietet so jetzt will ich es aber echt schaffen jetzt will ich das aber echt schaffen oh Patrick ey, jetzt haut doch mal ab ey Leute mach nochmal nein ja du musst doch schon einen richtigen Moment drücken zack jetzt aber, komm nochmal nein du musst mehr nach links, genau nein was bleib ich denn da nicht drauf ich will das Schiff drücken weiter du schlägst mich in 3, 2, 1 jetzt 3, 2, 1, jetzt 3, 2, 1, jetzt 3, 2, 1, jetzt mach mach komm die Mogelpackung funktioniert doch nie ihr kleinwixer ja schön jetzt ganz jetzt würde ich geil konzentriert anfangen und dann rutscht er schon wieder runter der kleine Spasti ne warte meinst du konzentriertes trollen oder wat haha ne warte ich mach mal halt die Fresse ich muss mich konzentrieren ich muss trollen äh sorry ich war der Block ne ne ich hatte so nen Jucken das ging nur weg in dem ich oh scheiße tut mir auch so leid ne hast du aber dieses Jucken gehabt ne alter alter das ist jetzt das ist ja richtig krass oh ja oh ja 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 warte hier kratz kratz wie am Rücken haha komm warte komm kratz wie am Rücken ah ja genau da ein bisschen weiter links ja duck dich mal duck dich mal ah ja da genau ja jetzt links dann warte dann warte warte ich muss mich schneller positionieren oh ja oh ja oh ja spürst du es spürst du es tief in mir oh zeig mal richtig deinen dicken das gehts gut ne jawoll das ist die unpositionierung im Knallerbrissen boah bist gekommen ja ne dreimal das wär krass waa stell mir grad mal vor und bist gekommen ja auch dreimal ja dreimal plus vier what ja dreimal plus vier also siebenmal ja ach warum bist du plus ja die dreimal waren so kleine Trüpfchen und die letzten vier Jahren ja gut einmal verpisse dabei aber waa waa okay einmal also ich muss einmal so sagen so einmal wusste ich ob du jetzt wichst oder pisse war das meins ich hab random reingepisst äh waaah ha 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 netten Kinder bei ja gesagt, fetten Kinder beim Schlammketschen zu mhm, vor allem den Karten mit seinem Roller das kommt aber daraus, wenn ich sage, du sollst mal darüber nachdenken, was du machst Eric, du bist echt fett ja, ich hab's mir überlegt und deswegen hab ich mir das geholt kommt's ja mit dem Rollator rein, ey ja naja Cartman ist halt ein fetter Sack das ist einfach nur der größte Arschloch in South Park oh ja, aber der ist geil größte und jüngste Arschloch sehr lustig ja, geil ist einfach nur das Spiel was rausgekommen ist, ist Stick of the True ja geht gar nicht klar alter ne, da springt der nicht okay alter, ach guck mal, kommt scharf rein lol ja, weil ich ja nach außen hier in die Dingens einfach mich da durchgebaut hab, weil ich keinen Bock hatte rüber zu fliegen und dann den Weg zu suchen also arm hoch zu fliegen und wieder runter zu fahren da hab ich keinen Bock drauf hau, geh nicht einfach mal straight durch die Wand ich bin mal wieder hier oben da ist ja mal was ganz noch neu ist ja, komm, 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 komm sehr schön alter da hab ich zu früh schlusslos gelassen da komm, jetzt aber, ey, jetzt haben wir auch zu trollen will kein troll, aber einfach nur ein Schluch abgeben ach, okay, ja wenn ich mit Schiff nach hinten an dem Block geht, dann fall ich auch mal runter weil genau so die Funktion funktioniert genau mein Reden wenn du sie brauchst, dann funktioniert sie nicht naja und wenn sie funktioniert hat, dann bist du unkonzentriert wie man grad im Beispiel sehen konnte oh, alter ich, ich, ich ich spring aber auch dann so dumm noch, weißt du, boah Alter mit ich glaub mit der Session kannst du schon ein letztes Tutorial machen so wie man am besten noobt ja lassen sie sprint nicht richtig funktionieren das erst mal eine 3,4 Stunden Session wie Schiff nicht funktioniert wie lange zockt man denn, alter wir zocken, wirklich schon eine halbe Stunde und fast eine 40 Minuten haben wir jetzt Aufnahme aber wenn, wenn ihr, wenn das jetzt in den nächsten drei Tries nicht geht, dann hab ich da kein Bock mehr drauf ich ähm nur die ganze Zeit die eine Session oder die eine Challenge die zu sehen in der Aufnahme ist scheiße das ist ja auch langweilig für die Zuschauer ein bisschen deswegen hab ich ja getrollt nein nicht fürs Entertainment troll ich merken ich trolle nur wenn ich Bock drauf hab oder ich gefrustet bin und hat schon wieder nicht reagiert wo ich dich schauen wollte ich hab das schon gesehen ich hab das schon gesehen was aber deine reale was dein Minecraft Pupp hat aber nicht ihre Reaktion darauf gezeigt du hast auch, du standst bestimmt zu weit weg also bei mir standst du noch Kilometer weit weg ach so, ich stand bei dir direkt vorm Block ne ok ganz und gar nicht gut dann wurde deine Perspektive genommen als Schlagpensum alter sehr gut letzter Versuch von mir jetzt ne ja wenn ich runterfahren war ja auch den letzten alles klar aber jetzt alter das na das gilt nicht als Versuch ich hab nur zwei das gilt nicht als Versuch warum das ich ne gut das schon aber das lass ich da oben nicht werden ich bin drauf gegangen und dann hab ich einfach mal alle Tasten die bei WASD liegen also WASD gedrückt und hab mir dann so gesagt ja äh plöp dann lag ich unten ach so so wenn das jetzt schon mehr als zwei waren dann juckt mich den Scheiß wenn du sagst du gehst auf dann geb ich auch auf weil ich fail grad mal wieder so so komm komm ach leck mich doch ey aber ich bin schon wieder beim Facksprung Alter Alter alles klar weißt was ich jetzt mach aufreden ne hier bin ich abgekratzt also mach ich den Sprung nochmal von vorne und dann mach ich das ab hier jetzt weiter das alter hat er das der Sprung überhaupt zu schaffen also hier hab ich ja schon geschafft machbar sind die alle so wo hast du deine Leiterin gesetzt ich hab keine Leiterin gesetzt ich hab mich ich hab einfach nur von dem äh wo ich abgekratzt bin einfach so bis hoch geflogen ja aber ich hab mir den letzten Sprung nicht geschafft ich versuch ich mach jetzt den letzten Sprung noch ne so fertig bin durch hab jetzt keinen Bock mehr also du machst du so von wegen jeden Block machst du und wenn du den verkackst gehst du wieder dahin ja mach ich auch weil das bringt dich nicht um zu gammeln wenigstens die Challenge einmal so fertig gemacht ja sehr schön sehr schön vor allen Dingen ich war beim letzten Sprung und ich drück ich drück einfach ich 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 hab einfach Doppelspring also Doppelspring den ganzen Tag drückt aber doppelt weh und dann ist der einfach zu weit gesprungen genau los doch war nice warte mal ich hänge in der Wand fest da war ich eine Scheissch ich hab mich ich hab mich sehr schön sehr schön der verkackte Ernst jetzt ich hab die kacke eh bis hierhin schon geschafft verpiss dich da ja achso war du easy der Letzter ja der R ja eigentlich schon aber ich hab halt ich bin halt Doppelsprung da war aber fail State Tree Tower Hashtag 3 was haben wir denn hier ja ja Alter der will doch mein Pimmel so hart auch hey oral nehmen ne ok das geht nicht das ist aber nur der eine Sprung den man abkürzen kann wenn überhaupt aber das geht ja nicht Alter Vorsicht da ist ein Head-Overhead-Dingen ja Scheide Scheide? ja Scheide schade eine Mischung aus Scheide und Schade Scheide Alter ich krieg das nicht hin ich hab grad versucht den Overhead-Sprung mit Dingens direkt auf die Leiter zu machen ich glaub das ist sogar machbar ja also das dann hm wenn du hier auf dem Block stehst direkt hier hinspringen fuck warte wenn du da jetzt bist direkt hier hinspringen das geht was Sprinten und im letzten Moment Leertaste drücken der funktioniert den hab ich grad gemacht dann hast du wenigstens den einen hast du zwei Overheads nämlich gemacht hast du mal eben zwei in einen gemacht ja wenn ich anfange zu springen dann fängst du auch an zu springen knapp Pisser oder halt ja klar ja klar ja klar Mama alles klar Stadt geht wirklich alter war ja auch noch mal ne Decke alter lol da hängst du vorsicht ich bin da fest ah ok alter was ist das für ein Sprung freu dich auf den Sprung kurz bevor du abgekackt bist auf den danach freu dich darauf freu dich ah ok verkackt du wirst ihn verfluchen sort das ist ein Scherz das ist einfach kackter Scherz jetzt warte hin ich nutze Schiff nicht sagen wir so ich stand im Tor brauchte nur noch Schiff drücken was ich auch gedrückt habe und natürlich reagiert er nicht und platsch boah das ist richtig mies sag das bloß ok da hatte ich nicht genug Anlauf leck mich doch nicht Alter nein Schiff nein du musst nicht reagieren wahrscheinlich hat das zwar heute ein Schiffverbot ausgehangen von Nitrador ein komm sehr schön sehr schön sehr gut sehr gut sehr schön sehr schön sehr gut sehr gut Alter ich log einfach immer zu weit der Sprung ist scheiße aber machbar eigentlich ganz easy ist trotzdem immer scheiße und da hat schon mach mal ich mach beim Sprint schon einfach mal keinen Sprint alles klar ich weiß dass wir die Challenge auch nicht mehr an der Aufnahme schaffen werden doch die mach ich ich stand grad schon vor ich stand grad schon vor dem Ziel muss aber jetzt gleich aufhören ja ich mach das ja jetzt in dem ja gut nicht in dem Try aber jetzt in dem Try mach ich den ja dann eins ist das schwierige an dem ist hier der Overhead der ist heavy und dann da vorne zwei Sprünge ja der Rest ist ganz furz easy Leute da hing ich in ich muss aufhören der Fuck ich geb die scheiß Challenge auf kacken Wand ich mach noch ein Try ein Try mach ich noch ne ich hab Alter die Map regt mich so auf das war kein Try ich muss äh halt das war kein Try kann ich eigentlich auch sagen wir mal machen ein Notebuch kann ich auch rausschreiben du gibst die auf und wenn ich die schaffe darf ich dir auch eins schreiben na klar aber dann musst du die auch erstmal schaffen ja gut ja wenn du aufhören musst dann bleib ich jetzt hier stehen und würd sagen das seht ihr dann beim nächsten Mal wie ich das fertig mache weil die mach ich auf jeden Fall fertig ich bin einfach nur ohne geslidet also leckt mich dann würd ich sagen vielen Dank fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Minecraft Adventure Map Tschüss Tschüss